Nach Grausangriff beraubt unsere Macht, wir Hüter sind geschwächt. Doch geben nicht nach eine epische Reisebeginn durchs Sonnensystem und weit hinaus. Neuen Feinden und Herausforderungen gewachsen, ohne zu zögern. In unseren Händen liegt das Schicksal des Universums. Todene Dunkelheit wird auf der Welt. Warten den Reisenden jede Entscheidung, jedes Gefecht zählt, das wissen wir. Wir Hüter sind bereit für den letzten Kampf. Das Ziel vor Augen, Verbündete zu finden, gemeinsam stark zu sein. Doch nun der Zeuge, ein neuer Gegner, erhebt sich. Der letzte Kampf steht bevor, um das Univerversum zu retten. Das ist unsere Pflicht. In unseren Händen liegt das Schicksal des Universums. Todene Dunkelheit wird auf der Welt. Warten den Reisenden jede Entscheidung, jedes Gefecht zählt, das wissen wir. Wir Hüter sind bereit für den letzten Kampf. Wir Hüter sind bereit für den letzten Kampf, um das Univerversum zu retten.